Ja, ich habe gedacht, dass die Frage kommt. Kaffee. Der erste ist der wichtigste Morgen früher. Sonst geht der Tag gar nicht. Berge. Definitiv leer. Leer und dann weiterbilden. Ja, ich habe privat eigentlich schon gerne mit Metall gearbeitet. Ehrlich gesagt habe ich ja immer an meinem Töffel herumgeschoben und mein Töffel frisiert. Ja, so bin ich zum Metallbauer gekommen. Wir sind viele langjährige Mitarbeiter, wo man sich gut kennt und weiss, was der andere kann. Und wo aber auch die Schwächen sind. Da war der ehemalige Inhaber der Meinung, dass ich etwas bewirken kann in der Geschäftsleitung. Und ich bin ihm dankbar für das. Und so bin ich hier reinkommen. Ja, die verschiedenen Bereiche, die ich sehe, habe dürfen und erlebe bei uns in der Firma. Ja, freut mich daran. Ich schließe, wenn du einerseits eine Chance bekommst, um etwas anderes zu machen, ein Vertrauen zu bekommen. Und ich bin eine Person, die sich weiterentwickeln möchte, die immer wieder Neugierig ist und etwas Neues braucht. Und es ist natürlich schön, wenn man so immer wieder etwas Neues machen darf und wieder Challenge hat, eine Herausforderung, die einen wieder gepustet und motiviert, um zu arbeiten. Also, ich brauche das. Das Coole bei diesen Anlässen, unter anderem auch beim Skitag, ist, dass alle verschiedenen Bereiche, alle Mitarbeiter durch Mist mitkommen und sich so einmal von einer anderen Seite kennenlernen. Das finde ich eigentlich das Beste an so Tagen. Dass man vielleicht jemanden im Büro oder in der Werkstatt, wo man sonst nicht viel Kontakt hat, mal von einer ganz anderen, persönlichen Seite kennenlernt. Ja, das weiss zusammen. Mein Ausgleich zur Arbeit ist Familie und den Sport. Ich habe gerne Sport. Ich bin bei den Bergen unterwegs. Und da holt man immer wieder oben runter. Ja, und sonst ist die Familie, wo man sich zurückziehen kann und sicher einen Hafen hat. Das ist mir wichtig. Ja, aus der Zeit, in der ich jetzt durfte auf die Firma Krabbe arbeiten, nehme ich sehr viel Erfahrung mit. Erfahrung sicher in der Metallbaubranche, aber auch Lebenserfahrung, die mich gestärkt haben. Und ich bin als 15-jähriger Lehrling, habe ich angefangen. Und ich bin mittlerweile ein Mann und ein Familienvater. Und das hat man viel erleben durften. Und das ist sicher cool. Ja, möchtest du einen vielseitigen Beruf lernen, dann komm zu uns an der Firma Krabbe. Wir erbieten dir innovative Produkte, gutes Team in einem spannenden Umfeld. Wir würden uns extrem freuen. Komm zu uns. Komm zu uns.